Was macht Office4U aus? In den Projekten, die immer anspruchsvoller werden, haben wir ein gewisses Muster, nach dem wir in unseren Projekten vorgehen. Wichtigster Punkt in diesem Muster ist natürlich immer die Analyse. Wichtig, was will die Geschäftsleitung, was sind die Unternehmensziele, wo will das Unternehmen hin, warum verändert sich das Unternehmen. Wir haben gemeinsam mit dem Bundesarbeitskreis für Büromöbel, BAKB, ein Mitarbeiterumfragetool entwickelt, welches aus unserer Sicht essentiell für das Projekt ist. Mit diesem Mitarbeiterfragebogen wollen wir jedem Mitarbeiter auch eine eigene Stimme geben. Das Ergebnis ist dann natürlich ein Spiegelbild für die Geschäftsleitung, für die Entscheider, mit dem sie dann die zukünftigen Wege bestreiten können. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass diese Umfrage anonym stattfindet. Der Mitarbeiter hat somit natürlich die Möglichkeit, offen und ehrlich zu antworten, ohne Angst haben zu müssen, dass das Unternehmen Zugriff auf die Daten hat, wer hat was gesagt. Nach der Analyse steht bei uns der Punkt Konzeption. In der Konzeption gehen wir mit dem Kunden gemeinsam auf seine Fläche und zonieren diese nach den Auswertungen des Fragebogens. Zonierung bedeutet in diesem Fall, dass wir das Unternehmen aufgliedern in verschiedene Bereiche. Wo muss ein Besprechungsraum sein? Wer kommuniziert mit welcher Abteilung? Wo findet am besten Kommunikation statt? Wo können wir Schnittstellen schaffen, wo sich Mitarbeiter zufällig treffen? Als nächstes steigen wir ein in die Feinplanung. Hier haben wir die Möglichkeit, am Ende der Feinplanung und auch in den Zwischenschritten gemeinsam mit dem Projektverantwortlichen oder mit einem Mitarbeiter-Team mit einer 3D-Brille virtuell durch die Räume zu gehen. Für uns ist der schönste Moment, wenn der Mitarbeiter die Brille auf hat und diesen Wow-Effekt erlebt. Der Mitarbeiter steht plötzlich in seinen Räumen, hat die Vorstellung, ist begeistert, sieht, an was er mitgearbeitet hat und hat somit ein tolles Gefühl, mit dem er nach Hause geht. Nachdem die Planung fertiggestellt ist, können wir die Daten automatisch in unsere Warenwirtschaft übernehmen und somit hat der Kunde die Möglichkeit, budget-sicher zu planen. Im nächsten Schritt kommt das Thema Montage. Hier arbeiten wir seit vielen Jahren mit den gleichen Teams zusammen, montieren die Möbel und bringen die Fläche auf Vordermann. Und zu guter Letzt, der wichtigste Punkt für uns ist das Thema Partnerschaft. Die Firma Office4U gibt es seit 20 Jahren und wir haben Kunden, die uns seit diesem ersten Tag mittlerweile begleiten. Und dafür sind wir sehr dankbar. Dieser Punkt liegt uns sehr am Herzen. Wir wollen mit unseren Kunden in eine Partnerschaft gehen. Das heißt, wenn sich das Unternehmen verändert, wollen wir den Kunden dabei unterstützen. Das heißt, wenn sich das Unternehmen verändert, wollen wir den Kunden dabei unterstützen, können wir den Kunden dabei unterstützen.